So ihr lieben Leute, bald ist es soweit, bald geht's cd-keys.at, also der neue Shop geht bald online und ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Leute, die sich mit Grafiken auskennen, mit Webdesign, vielleicht ein Grafiker oder so oder jemand, der sich hobbymäßig mit Photoshop richtig gut auskennt. Ich brauche richtig gute Grafiken. Wenn sich jetzt auf dem Video mehrere melden, dann machen wir das so, dass jeder halt ein Logo macht und welches Logo mir am besten gefällt, der bekommt dann halt, ja, was soll ich sagen, die Arbeit, würde ich sagen. Da ist in Zukunft auch noch viel, viel weiteres zu machen, wegen Grafiken und sowas. Und ja, ihr könnt natürlich unter dem Video schreiben, falls ihr Interesse habt, was natürlich besser wäre, ist, wenn ihr euch per Skype oder E-Mail meldet. Skype wäre dann game-mogul die ID, per E-Mail wäre es dann gamemogul.web.de. Ja, dann hoffe ich, dass wir ein paar Leute finden und dass wir dann morgen durchstarten können. Da fehlt eigentlich bloß noch schickes Design und so und dann können wir loslegen. Achso, jo, noch irgendwas? Ne, das war's schon. Alles klar, bis morgen, ciao.